Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Heute Morgen war Mama und mir so langweilig, da haben wir uns gedacht, wir gehen mal unseren Mitbewohnern auf die Nerven. Papa haben wir erstmal erschreckt und danach war Kushi dran, die alte Eule. Die hängt nämlich den ganzen Tag hier auf dem Stuhl rum. Kushi. Kannst du mir den Wurmi vom Hals halten? Ich will einfach nur hier rumliegen und meine Ruhe haben. Wenn sie nicht auf dem Stuhl liegt, dann steht sie am Spülbecken und bettelt nach Wasser. Jetzt wissen wir auch warum unsere Nebenkostenabrechnung so hoch ist. Danke Kushi-Line, wenn euch mein Video gefallen hat würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Küsschen aufs Nüsschen.